Vor 30 Jahren hat Dr. Ina Knobloch in Costa Rica Bäume gepflanzt. Jetzt ist es an der Zeit, ihren Traum zu erfüllen. Ein eigenes Baumhaus. Doch dafür braucht sie Inspiration. Und die sucht sie auf der ganzen Welt. Die Reise beginnt in dem Start in Lateinamerika. Wipfelglück. Mittwoch um 20.45 Uhr auf anixe HD-Serie.